Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video und zwar teste ich heute das erste Mal das Reiten mit einer Helmkamera. Habe hier oben auch schon meine Halterung befestigt. Ich reite heute auch nicht den Espresso, sondern den Chagapo. Hol schon, zeig dich mal. Okay, er hat jetzt keine Lust. Ich reite heute den Chagapo und wir machen ein paar Gymnastik Sprünge und ein bisschen Springgymnastik. Dieses Video entsteht im Zusammenhang mit iContext, deren Helmkamera, Actionkamera ich teste. Und zwar findet ihr alle Infos dazu auch noch mal in der Infobox. Da könnt ihr alles noch mal nachlesen und es ist auf einen Rabattcode für euch eingerichtet. Das heißt, ihr könnt zehn Prozent sparen, wenn ihr eine Kamera im Onlineshop bestellt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Video. Schauen wir mal, wie der Pro sich anstellt. Spannungsvolle zusammen. Spannungsvolle Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht wollt ihr ja mehr Videos vom Shagapo sehen, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!